Luca, die Leute glauben, nur weil Fredo nicht da ist, könnten wir keine anständige Folge bauen. Aber das stimmt nicht. Ich denke, er sollte nach draußen gehen. Du solltest nach draußen gehen und den Leuten beweisen, was für eine geniale Folge das geworden ist. Ja, Patrino. Und ich denke, diese Folge, die wir da gebaut haben, das ist eine Folge, die sich so nicht ablehnen können. Ja, Patrino. Nun geh, geh und zeig den Leuten, wie genial das Meisterwerk ist. Ja, Patrino.